Der richtige Moment, um die Leute runterzuschießen, den brauch ich jetzt, die sind da oben, und ich hab kein Loot mehr um mich runter zu bauen, deswegen runterschießen, schlimm, ja, oder doch ich, ich glaube, jetzt kommt er gleich, du musst die Platte wegschießen, ja, jetzt also, schnell, die letzte zwei, und, yeah, oh, my god, das war so so, äh, einfach, oh, Spaß, nein, natürlich nicht, sieben Kills gegen gute Spieler, und der Win, uh, du, 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 ich weiß nicht, das ist mal eine anstrengende Geburt, Leute, von heute, ja, Leute, was geht, euer Todes, will man, pumpzete, 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 äh, schon, äh, im Playgabstand, äh, schon, nein, herzlich willkommen zu meinem allerneuesten, äh, foto, äh, video, genau, das war jetzt halt das Gameplay, wieder entzügen, den Euglein, und jetzt natürlich auch noch zum kritischen Thema, Leute, bitte helft mit, dass diese Welt ein schöner Ort ist, und kein schlechter Ort ist, denn die Normalität ist, dass der Mensch als ein sehr schwer gestörtes Lebewesen auf die Welt kommt, und eigentlich nur Schlechtes tun will, das ist so ziemlich das Haupthobby eines Menschen, diese Leute sind Müll, Dreck, und zu nichts zu gebrauchen, diese Bim, 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 kommen alle in die Hölle, doch bitte nehmt immerhin auf Kinder und auf psychisch Kranke Rücksicht, weil ein Kind kommt ja nicht zu werden und sagt, la, 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 ihr müsst euch keine Sorgen tun, ich weiß alles, und würde niemals was Falsches tun, ob psychisch Kranke Hören stimmen, je nachdem, oder viele Emotionen, die es dazu bringen, so schlechte Menschen zu sein, und deswegen nimmt damit Rücksicht, und diese ganz dummen Erwachsenen, die müsste man auch in ein Kragenhaus stecken, denn der erste Weg ist immer mit sehr viel Gewalt, Spaß, nein, natürlich nicht, ohne Gewalt, deswegen bitte tun Sie Gutes, sei gute Menschen, und bitte helft dieser Welt, weil diese Welt ist einfach ein beschissenes Irrenhaus, Tschüss, und Dankeschön, guck zu, dass du Land gewinnst, das schon, nein, und Dankeschön, dass du Land gewinnst, dass du Land gewinnst, dass du Land gewinnst,